Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge The Binding of Ithag Repentance. Ich habe gerade, das ist mein dritter Versuch jetzt, mit dem Lümmel hier irgendwas zu machen. Und meistens ist es so, wenn ich das sage, wird es gut. Deswegen wollen wir mal schauen, ob das jetzt tatsächlich gut wird. Geh mal weg. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir lassen erstmal alles links liegen hier, aus Gründen. Das ist sehr gut. Das ist gut. Nee, das ist nicht gut. Du musst eben kurz, äh, genau. So. Dann geh mal her. Was kriegen wir denn? Damage ist gut. Äh, ja. Ja. Also. Oh, ja. Sehr gut. Bisschen überlegen sollte ich schon, ne? Oh, das ist... Damage oder... Nee, ich nehme hier dich mit. The Bible. The Bipsen. Ich habe schon mal die Bücherwurm-Transformation. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ich habe schon mal die Bücherwurm-Transformation. So. Ja, komm. Achso, da ist noch jemand. Hallo. Hallo. Sade. Bleiben Sie kurz stehen. Das mache ich jetzt einfach. So, hatte ich Bock drauf. Was? Ist ja großartig. One of my favorite items. What? Ich hätte gerne HP. Oh. Jetzt frage ich mich, bleibt das dabei mit einem... Oh, ich vergesse mal, wie das war. Brauche ich keinen oder einen? Reicht einer? Äh. Nö. Komm mal her. 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 Schmerz lassen nach. Achso, hier ist nichts. Ich wollte es nur kurz eben ignorieren. Bin manchmal echt schlecht da drin, auszuweichen. Venus. Venus. I'm your Venus. Ja, was, hä? Hä? Oh, dad, dadson, longlegsen. Lieb ich, lieb ich. Okay. Eigentlich nicht, aber das tun wir nicht alles für Damage. Geh ich noch in den Shop? Ne, ich geh nicht in den Shop, weil ich habe nichts mehr für den Shop. Gut. Gut, gut. Crash of Darkness. Ja, hallo. Entschuldigung. Sehr gut. Und dann können wir auch direkt mal hier rein und wieder gain. Jo. 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 Oh ja. Ne. Hätt ja sein können. Bleiben Sie stehen. Sie will ab? Äh. Aua. Karma, 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 Chameleon. Die Problem, äh, das ich habe, ist... Also, was werde ich denn wieder... Nee, komm, das ist mir zu riskant. Lassen wir das mal. So. Guter Anfang. Also, guter Anfang für diese Ebene. Dumm. Dumm. Du-dup, 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 du-dup. Du-dup, dup, dup, dup. 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 ja erstmal gehen wir in shop und sowas alles damit ich auch vielleicht noch ein paar was ist das kann ich lesen bitte helfen sie mir so goldraum schnell zum goldraum schnell zum goldraum schön da stehen bleiben danke sehr immer mit aufgrund von gapi mach mich doch nicht schwach ja aber nein aber danke nein noch nicht nein wir sind noch gar nicht so es hat sich jetzt schon bezahlt gemacht also werde ich das weiter mitnehmen habe ich gemerkt auf dem weg dahin kleines eckleges kleines eckleges auch nein das ist doch doof jetzt ok 1 2 gut was kriegen wir hier ich mag geld nicht gut aber ich brauche noch schlüssel danke also da ist er gut head down nach hinten und so weiter oh ihr seid's ich brauche noch ein paar soul hat so würde ich mich sicher fühlen ich bin mir gerade nämlich echt unsicher wie viel wie viel leben ich noch habe ok 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 ach ich bin ach man da habe ich mal wieder nicht ich merke der war ich da schon drin ja da war ich schon äh kacke kacke oh genau habt ihr euch lieb da habe ich mir mal wieder meine geduld ne und überlegen so manchmal funktioniert das nicht so ganz zusammen da ist dann irgendwie so eine sperre im kopf gehen sie weg danke okay oh Holy Cards. Holy Cards. Bumbe. Mutter. Ich muss immer noch die dunkle Bedrohung bekämpfen. Das nehme ich jetzt mit. Warum sind die so widerspenstig? Au. 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 Lebt euch. Lebt euch alle. Was bist du? Agalas? Ja. Du 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 du. Du du du. Du du du. Au. Ha. Alles nur Schärmchen Gegner hier. Komm 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 komm. Auf dich habe ich nämlich gar keine Lust. Yes. Komm. Sag hallo. Hallo. Ich habe hier eigentlich auch gar keine Türen. Das mal gut sein. Ja genau. Wohoho. Ah. Ja. Ja. am ihm hast du mal was ich bin nämlich kurz vorm fall ist das ein scheiß ernst genau hol dir das konzentration ami keine herzen mehr auf dem boden sehr gut konzentration ich muss mich weiter konzentrieren wie viel leben habe ich denn noch ok so so gut eine bombe ausgezeichnet sowie der preis am waren unterlassen sie das bitte ich kann manchmal echt nicht lokalisieren von wo ich getroffen werde das finde ich doof kurz kurz achso mir geben wir kein risiko ein so 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 jetzt spuckt mal ein hp ab aus gut gut dann habe ich erstmal wieder was falls ein devil deal anstehen sollte sollte hui danke danke Ab durchlieb. Und blöden. Ups. Okay. sehr gut sehr gut darf ich kurz? danke gönn mal genau kein devil deal einen hab ich noch ne? hab ich noch einen? einen haben wir noch yes geil 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 jetzt bin ich zufrieden ernstes jetzt bin ich sehr zufrieden hey hey Geht doch einfach weg. Jetzt brauche ich das ja alles gar nicht mehr. Ich kann nicht anders. Eine Sache fehlt mir noch, dann bin ich vollkommen zufrieden. Denn wenn ich jetzt noch den R-Key finde, dann wäre das alles wow. Aber gut, man sollte nicht zu viel wünschen. Ist ja schon gut, dass wir jetzt Gappi sind. Gut. 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 du bist ja schade so schade gut jetzt habe ich siebeneinhalb das muss ich mir merken ich bin auf einer völlig falschen Spur ok ja ich bin wieder völlig falsch dann ist es mal wieder ein klassischer Full Clear blablabla blablabla ich kann auch den machen pretty fly ja es war sehr unvorsichtig hätte irgendwie die möglichkeit und könnte sol hat generieren dann würde ich sagen komm ich nehme gleich ein zwei devil deals mit aber so warte mal ist das damage ab oder muss überlegen ich bin immer noch ja okay das ist es nicht dann habe ich das falsche mitgenommen dann nehme ich das andere mit kleiner faux pas meinerseits so 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 no you kind of bummed me out meh Oh, das hasse ich immer auf den Millimeter genau, ne? Wir sollen das machen hier. Du schon wieder. Ja, witzig. Ich probiere das A-A-Spiel, ey. Sag, bam. Was was zu tun? Arbeite für dein Geld. Ewas. Dann lass uns mal schauen. Davon brauche ich nichts, aber danke. So, dann ballern wir hier noch Geld rein. Ah. Und dann sollte... So, dann lass uns mal schauen. Ja, da wäre noch ein bisschen was übrig geblieben an. Wir haben es geschafft. Aufs Reuen. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Wir hören oi 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 oi. Wir hören uns das nächste Mal und ja, ciao, ciao. Bis dann.